Hi, ich bin's Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Breitspielbox. Es ist Samstag und wir öffnen jetzt das Kläppchen 21. Heute gibt es ein kleines Solo-Abenteuer zu gewinnen, nämlich Arkham Noir, den ersten Fall, ja, das ist herausbekommen bei Ludonova, wird vertrieben von Asmodee. Würde mich freuen, wenn ihr meinem Blog ein Abo hinterlasst und Daumen hoch gebt, aber wichtiger, und das ist eben nicht die Bedingung, also die Bedingung, denen das Abo zu hinterlassen, sondern viel, viel wichtiger ist, die folgende Frage zu beantworten. Und zwar möchte ich ganz gerne wissen, seid ihr so kurz vor Weihnachten schon fertig mit euren Geschenken oder seid ihr, ja, ich sag mal Late-Shopper, das heißt, es wird heute im Laufe des Samstags, des Montags oder Dienstag noch losgehen und die letzten Geschenke werden besorgt oder, ja, seid ihr schon fertig? Das würde mich mal interessieren, ja, bin mal gespannt, wie da so die Resonanz ist. Also wie gesagt, es gibt ein Arkham Noir zu gewinnen und ich kann euch noch die Breitspiel-News ans Herz legen, die waren am Donnerstag da. Mittlerweile habe ich auf der Seite auch schon das eine oder andere jetzt in der Nürnberg-Vorschau nachgelegt. NSV ist da und Moses ist da. Moses bringt zum Beispiel neue Escape-Rooms heraus. Das heißt, wir haben, glaube ich, den 8. oder 9. Anbieter mittlerweile der Escape-Rooms. Da könnte ich auch mal eine Sonderfolge daraus machen. Also, würde mich freuen, wenn ihr da meine Frage beantwortet und vielleicht in die News hineinschaut. Also, bis dann. Ein schönes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.